Hihi Das war lustig Riesenkröte ist wach Wo ist jetzt das Loch hier, ne? Nee, von da komm ich Ach ne, ich glaub hier war Als ich hier hochkam Hat die sich verschlossen? Ich glaub schon, ne? Ach, da hinten, ja Ah, 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 uh, 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 uh Ich dachte ich hätte etwas gehört Ein Schweinchen oder so Ah, wieder so ein komischer Raum. Hoffentlich bloß ein Rätsel. Ich habe keinen Bock jetzt zu kämpfen. Ja, oder sowas. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ah, hat mich das irgendwie weitergebracht? Das ist auch gut. Oh, das ist doch scheiße. Das ist doch kakka. Oh. Oh, bloß raus hier. Du erstaunst mich immer wieder. Zum Beispiel das jetzt, ne? Ich war gerade in diesem 2D-Ding da, ne? Und jetzt bin ich auf einmal wieder in so einem komischen Zwischending. Also, das ist... Also, ich weiß nicht. Das gewählt mir nicht so. Aber egal. Das sind nur Kleinigkeiten. Totenkopf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht. Da kann ich ja... Die kann uns echt stark. Die war vorher ja schon extrem stark, aber ich habe die ja gerade noch geupgradet, glaube ich. So, weiter geht's, hey, da ist die Katze, 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 ich will endlich zur blöden Raupe. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Ja, super. Ja, super, zur Raupe geht's da hoch, wow. Ich finde, dass die zehn Kilometer vorher anfangen ihren Weg auszuschildern. Da hinten ist ein Schwein, das sehe ich von hier aus schon. Oh man. Oh man. Oh, was war denn jetzt? Oh man. Komm her. Ich kann dich fucking töten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das ist einfach nur so ein Ding, was einem weh tut. So, und jetzt aber rüber hier. Ich will endlich zu der verschissenen Raupe. Tut mir leid für diese verfickte Ausdrucksweise, aber ich mein's ernst. Oh, nochmal dieses 2D-Dings, Bums. Danach reicht's aber auch. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Hm, gefällt mir. Musik Ah! Oh Gott, egal, da bin ich schneller wieder oben. Das war natürlich der Plan, sonst wäre ich natürlich niemals gestorben. Ich sterbe nur aus Absicht. Und einfach nur, weil ich so cool dabei aussehe. Was? Untertitelung des ZDF, 2020